Wirtschaftsinformatik Okay? Und wir machen heute ein bisschen Wahrscheinlichkeitstheorie. Okay? Für den einen oder anderen schon bekannt, mit Sicherheit, aber wiederum für andere vielleicht nicht. Wir fangen mit dem Kolmogorov-Axiome. Das sind ganz intuitiv, okay? Das erste ist, dass das sichere Ereignis Omega hat eine, wenn ich W schreibe, heißt Wahrscheinlichkeit von 1, okay? Wir stellen es folgendermaßen dar. Unsere Welt ist dieses Viereck, okay? Und dieses Viereck hat eine Fläche, hat eine Seite von 1, 1 mal 1, also eine Fläche von 1. Und das sichere Ereignis ist die Fläche, hier Wahrscheinlichkeit, Probability von Omega ist 1. Das zweite ist, dass für jedes Ereignis A sub i ist die Wahrscheinlichkeit von A sub i, P von A sub i zwischen 0 und 1. Wenn man das grafisch darstellt, und ich betone es immer wieder, ist die Notwendigkeit, Mathe grafisch darzustellen, einfach das Leben einem sehr. Und dann sagen wir, das hier ist A sub i. Okay, wir können sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, die Fläche, die markiert ist, ist zwischen 1 und 0. Und kann nicht größer als 1 sein oder kleiner als 0. Das dritte Axiom von Kolmogorov, Axiom ist etwas, was wir nicht prüfen werden, also wir geben keinen Prüf, es ist intuitiv. Die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung abzählbar vieler, inkompatibler, Ereignisse ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Einzelnen. Da schreibt man, Wahrscheinlichkeit von A1 oder A2 ist gleich D A1 plus D A1. A2, sofern A1 und A2 sind nicht kompatibel. Also, die finden nicht gleichzeitig statt. Das kann man grafisch wunderbar darstellen, folgendermaßen. Wenn das A1 ist, wenn das A1 ist, wenn das A2 ist, weil die Flächen sich nicht berühren. Dann gibt es, das sind die Axiome. Und ein Geschenk in die Prüfung wäre, bitte, sag mir die Axiome von Kolmogorov. Das wäre wirklich ein Geschenk. Und dann daraus ergeben sich die Folgerungen. Der Kolmogorov-Axiome. Und dann kann man sprechen von A. Aus 3 folgt, dass komplementare Ereignisse, also A und nicht A sind komplementar, eine Gegenwahrscheinlichkeit haben. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass A stattfindet, ist gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass nicht A stattfindet. Und das A ist, das Grüne ist nicht A. und zusammen ergeben 1. Okay? Intuitiv. Ja, aber wird so langsam. Aus A folgt, dass das unmögliche Ereignis eine Wahrscheinlichkeit von 0 hat. Also, die Wahrscheinlichkeit von das Unmögliche, von der Lehrmenge, ist 0. Und der Beweis kommt daher, dass aus 3 wir haben, dass die Wahrscheinlichkeit von lehrer Menge und das sichere Ereignis, ist gleich lehrer Menge plus das sichere Ereignis. Aber weil wir wissen, dass das aus 1 das sichere Ereignis 1 hat, und das ist auch gleich 1, folgt, dass P0 gleich 0 sein muss. Und C, für die Vereinigung nicht oder die Vereinigung kompatibler Ereignisse folgt, dass die Wahrscheinlichkeit von A1 oder A2 ist gleich die Wahrscheinlichkeit von A1 plus die Wahrscheinlichkeit von A2 minus die Wahrscheinlichkeit von A1 und A2 das ist oder das ist und jetzt bitte schauen, weil das ist wichtig, dass ihr das visuell versteht. Wenn man das visuell versteht, dann ist alles easy. Für C, bitte schauen, ok? Seht euch vor, das ist jetzt A1 und das ist jetzt A2. Die Wahrscheinlichkeit von dem Ganzen A1 ist gleich, bitte hierher schauen, bitte, 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 die Wahrscheinlichkeit von A1, ich mache den A2 hier grau, plus die Wahrscheinlichkeit von A2 A2 Lass mich eine andere Farbe wählen, Grün vielleicht. Minus einmal die Wahrscheinlichkeit von beiden. Warum? Weil ich es schon einmal, also zweimal berücksichtigt habe. Ist verständlich. Hallo? Gut, wenn wir das haben, dann können wir gleich das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit. Unter bedingter Wahrscheinlichkeit. Versteht man die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Eintreten eines Ereignisses a sub i unter der Voraussetzung das Eintreten eines anderen Ereignisses. a sub j bereits bekannt ist. Man schreibt P sub a i vertikaler Linie a j oder für und man liest es Wahrscheinlichkeit von a sub i unter der Voraussetzung a sub j. und sagt, Laplace definiert die bedingte Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit von a sub i unter der Voraussetzung a sub j ist gleich die Wahrscheinlichkeit von a sub i a sub j, also a sub i und a sub j gleichzeitig geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von a sub j. Aber das ist auch gleich, äh, no, wir lassen es so. Daraus ergibt sich, dass die Wahrscheinlichkeit von a sub i und a sub j ist gleich die bedingte Wahrscheinlichkeit, mal a sub j. Aber das ist auch gleich, das Umgekehrte. Okay? Und das führt zu dem sogenannten Satz von Bias. Wenn wir nur die beiden nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass a sub i unter Voraussetzung von a sub j gleich die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, dass a sub j unter Voraussetzung a sub i mal Wahrscheinlichkeit von a sub i geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von a sub j. Das ist erstmal die Theorie. Kann auch abgefragt werden. Oder war zu schnell. Sollte ich was wiederholen? Das hier kommt einfach daher, dass wir das nehmen, und das einfach runter, okay? oder besser gesagt dass wir das nehmen, das nehmen und das runter ok Fragen zu dem Thema Wahrscheinlichkeitstheorie diese Zeichnungen die ich bemalt habe heißen Venn Diagramme V-E-N-N gucken wir uns gleich das Ganze in Form von Code an ok ich sehe keine Fragen in der Runde also ich stoppe das Video kurz der Visualisierung von sogenannten Sets ok das sind diese Venn Diagramme die ich gerade in der Theorie dargestellt habe Import Pileab als PLT das ermöglicht uns die Visualisierung Install matplotlib underscore wenn und from matplotlib underscore wenn import wenn drei also Zeichnungen mit drei Gruppen oder wenn drei Circles ok das sind einfach nur Pakete die wir halt benötigen um das Ausrufezeichen wofür damit diese Installation sofort erfolgt ok so das ist das erste und dann können wir unser erstes Venn Diagramm darstellen das ist die typische Frage in der Prüfung ok also ich brauche ein Venn Diagramm ich schreibe gleich was jede Zahl bedeutet ok was bedeutet jede Zahl gleich gleich erste Zahl das sind die Einheiten im ersten Kreis zweite Zahl Einheiten im zweiten Kreis äh dritte Zahl Einheiten im ersten und zweiten Kreis gleichzeitig vierte Zahl Einheiten im dritten Kreis fünfte Zahl Einheiten im ersten und dritten Kreis gleichzeitig sechste Zahl Einheiten 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 zweiten und dritten Kreis gleichzeitig und siebte Zahl Einheiten im ersten zweiten und dritten Kreis gleichzeitig und ich sage jetzt Shift Enter dann Merkarte weil ich habe hier das was geschrieben Subset ok ja 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 klar kriegen wir es nicht klar hast du ein iPad oder wo genau ganz normal mal 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 Vielen Dank. 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 Wir können auch... Okay. ... 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 ist 1. Ja, danke. Und die Wahrscheinlichkeit, dass vorausgesetzt beide Kinder sind nicht Mädchen, das erste Kind ist ein Mädchen. Probability Wahrscheinlichkeit, dass vorausgesetzt das erste Kind ist Mädchen. Das zweite ist nicht ein Mädchen. Genau, so ist richtig. Given not boy ist gleich 0,32 oder 0,33. Ein Drittel. So, errechne die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Kind ein Mädchen ist, wenn beide Mädchen sind. ja? Ja? Ja. 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 Vielen Dank.